Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich nun für die Nationalhymne. Sie werden heute Abend gespielt von den Kampenburger Symphonikern unter der Leitung von Burghardt Götze. Wir beginnen mit unseren Gästen aus Kassizic. Wir beginnen mit unseren Gästen. Alter, die werfen stehen immer noch. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und nun, liebe Bundesliga-Bands, singen wir gemeinsam die deutschen Nationaljunge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020